Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velocious-Duell-Kanal. Hier und heute wollen wir über die restlichen vier Duelle im Champions-League-Achtelfinale reden. Ich gebe euch wie immer meine Predictions ab. Auch hier wieder, man ist nie perfekt. Wir wissen es alle, wir werden alle Tipp-Millionäre, wenn die Predictions immer perfekt wären. Dementsprechend gehen wir aber rein und wir fangen mit dem ersten Duell an. Da ist gleich eine deutsche Mannschaft mit dabei und zwar Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel. Hier haben wir durchaus ein sehr interessantes Duell, aber für mich auch mit das klarste Duell überhaupt. Wir haben auf der einen Seite Napoli. Ich habe es jetzt schon öfter in Videos gesagt, Napoli und Benfica sind für mich die beiden Teams, die in dieser Saison von Spieltag 1 bis heute den besten Fußball gespielt haben, den konstantesten Fußball gespielt haben und auch am meisten gezeigt haben, dass sie wirklich ihre Form bisher auch konservieren konnten. Sie sind einfach super überzeugend, haben seit Neujahr jetzt auch Napoli 9 Spiele gehabt, 7 Siege, 2 Niederlagen, wobei man dabei sagen muss, dass die Niederlage in der Copa Italia eine ist. Da hat man wirklich mit einer BC-Elf gespielt. Da haben Spieler teilweise gespielt wie Giatano und Co., die sonst kaum zum Einsatz kommen. Man hat insgesamt einen riesen Vorsprung in der Serie A mit 62 Punkten, ist da 15 Punkte vor Inter. Es läuft also wirklich mehr als perfekt. Napolis Offensive ist auch brutal. 56 Tore bisher gemacht in der Liga, gerade mal 15 Gegentore bekommen. Du hast zig Topspieler, natürlich diese extrem hoch dekorierte Offensive mit Ozymane, Kvardacil, Jaraspa, Dori, Semionen, wie sie alle heißen. Einfach ein richtig, richtig geniales Team. Eine super Zusammensetzung. Sie ziehen es momentan auch konstant durch und sie werden extrem schwer zu schlagen sein beziehungsweise wahrscheinlich kaum möglich sein, für Frankfurt sie zu stoppen. Denn bei den Frankfurtern muss man einfach hoffen, dass Colomani zwei Weltklasse-Tage hat und man muss halt schauen, kann Frankfurt die Offensiv-Power von Napoli wirklich stoppen? Und da sage ich ganz klar, nein. Für mich ist das ein sehr, sehr deutliches Duell. Ich sage 85 Prozent, dass Napoli weiterkommt. 15 Prozent Frankfurt. Mehr kann ich den Frankfurtern da nicht geben. Die werden natürlich kämpfen. Die müssen kämpfen. Die müssen Gas geben. Aber ich glaube, am Ende wird die Qualität von Napoli einfach nicht zu schlagen sein. Nächstes Duell ist dann der FC Liverpool gegen Real Madrid. Ein unglaublich hochklassiges Duell, was die Namen angeht. Aber wenn man ehrlich ist und beide Teams sich so anguckt, eigentlich vom Namen her zwar ein größeres Duell als das, was wir wahrscheinlich auf dem Feld wirklich sehen werden. Wir haben einerseits Real Madrid, die irgendwie in dem Modus sind, wie sie auch waren, wo sie zuletzt die Champions League gewonnen haben. Weil eigentlich nicht so überüberzeugend. Man ist nicht die krass beste Mannschaft momentan. Man ist sogar acht Punkte hinter Barcelona in der Liga. Man hat jetzt seit Jahresbeginn 14 Spiele gehabt, zehn Siege, einen entschieden, aber auch schon drei Niederlagen. Ist momentan klar hinter Barcelona in der Liga. Man spielt keinen schlechten Fußball, aber jetzt auch nicht so überüberzeugend. Und trotzdem ist es halt Real Madrid, wo du jedes Mal rechnest einfach damit, dass sie performen werden international. Und auf der anderen Seite hast du den FC Liverpool, die sowieso schon eine schwache Saison spielen an sich. Die haben jetzt seit Jahresbeginn neun Spiele, lediglich drei Siege, zwei unentschieden, vier ganze Niederlagen kassiert. Man ist einfach schlecht momentan drauf. Ja, ich weiß, die letzten beiden Spiele hat man wieder gewonnen. Das heißt, die Form kommt anscheinend. Aber man ist insgesamt betrachtet, wenn man das seit Neujahr sieht, nicht gut drauf. Man ist keine überzeugende Mannschaft. Man hat durch den Van Dijk-Ausfall einfach wieder ein Loch hinten in der Abwehr, das du nicht stopfen kannst. Du hast dazu halt auch die formschwachen Fabinho, Trent, Alexander-Arnold und wie sie alle heißen. Hier sage ich für mich Real Madrid 65 Prozent, Liverpool 35 Prozent. Einfach, weil Liverpool natürlich viel Qualität hat. Aber ich rechne fest mit Real Madrid. Dann haben wir ein Duell, das definitiv unter dem Zeichen Defensive, Defensive, Defensive steht. Denn hier haben wir einmal Inter Mailand und den FC Porto. Ja, ich weiß, der Erinnern wird jetzt sagen, wenn man nur auf die Liga guckt bei Inter, die haben doch relativ viele Gegentore bekommen oder jetzt auch nicht so krass wenige. Aber wenn wir seit Neujahr gucken, haben sie elf Spiele gemacht, haben acht Siege geholt, zwei Unentschieden, lediglich eine Niederlage und in diesen elf Spielen lediglich sechs Gegentore bekommen. Man hat nicht immer überzeugt, spielerisch, aber defensiv stand man meistens richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite haben wir den FC Porto, der eigentlich schon von Spieltag 1 eine gute Defensive stellt. Die haben auch allgemein in der aktuellen Phase seit Neujahr elf Spiele gehabt, zehn Siege, einen Unentschieden. Man hat dabei nur zwei Gegentore kassiert, was crazy wenig ist. Also wirklich crazy, crazy wenig. Allgemein in der Liga nach 21 Spielen gerade mal zwölf Gegentore kassiert. Also hier treffen wir momentan auf der einen Seite FC Porto, die ja von Anfang der Saison schon extrem defensiv stabil ist und auf der anderen Seite Inter, die ihre defensive Stabilität wiedergefunden haben. Und hier wird es jetzt ganz interessant natürlich, wer kann sich hier durchsetzen. Und hier gehe ich leicht mit Inter, aber wirklich leicht, weil ich Porto nicht unterschätze. Ich würde sagen 55% Inter, 45% Porto. Einfach, weil ich sage, okay, offensiv hat Inter mehr individuelle Qualitäten mit Lukaku, mit Lautaro Martinez, aus dem Mittelfeld heraus mit Badella oder Cialanoglu, die immer was Gefährliches produzieren können. Ich denke, diese individuelle Qualität kann sich hier durchsetzen, auch wenn ich zwei absolut taktisch geprägte Spiele erwarte. Das wird definitiv was für Fans von Taktik, von defensiven Strukturen und Co. Also jeder, der gerne offensiven Fußball schaut, sollte da lieber abschalten. Aber jeder, der wirklich auch sich angucken will, wie sich Mannschaftsreihen verschieben, wie sie versuchen, den Gegner zu neutralisieren, das wird, denke ich, ein sehr, sehr nices Duell. Und bin mal gespannt, wie beide dann auch auftreten werden. Vielleicht auch komplett überraschend, doch offensiver gehe ich jetzt aber mal nicht von aufs. Und ich gehe mit einem knappen Weiterkommen von Inter Mailand. Letztes Duell ist dann RB Leipzig, Manchester City. Wir gucken erstmal auf die Citizens. Manchester City, elf Spiele seit Neujahr, sieben Siege ein und entschieden, drei Niederlagen. Man muss sagen, sie sind wieder back in der Premier League. Sie hatten ja so einen Rückstand auf Arsenal, sind aber wieder back, haben es wieder zurückgeschafft. Kommen auch so langsam, hat man das Gefühl, immer besser in Fahrt. Aber gut, zuletzt dann auch wieder ein Unitschiehen gegen Nottingham mit einem 1-1. Aber eigentlich hat Mann City schon auch in der Reihe der besten Teams, wenn man sich die Gesamtsaison anguckt. Für mich sind es Benfica und Napoli. Aber dann irgendwo so im erweiterten Kreis sieht Mann City schon noch. Sie haben natürlich auch einen Erling Haaland, der hat in 31 Spielen 32 Tore gemacht, vier Vorlagen. Sie haben auch absolut keine Verletzte momentan. Sie können aus dem Vollen schöpfen. Sie sind einfach das Team, was wahrscheinlich dominieren wird. Und trotzdem sehe ich Leipzig nicht chancenlos. Denn Leipzig seit Neujahr sieben Spiele gemacht, vier Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Man muss ganz klar sagen, dass Leipzig natürlich ein paar Handicaps hat. Einerseits ein Kunku, der ist noch nicht bei 100 Prozent, hat gegen Wolfsburg nur 22 Minuten gespielt. Du hast natürlich die Verletzung von Gulaschi. Du hast halt einfach keine vernünftige Nummer zwei dir geholt im Winter, was ich nicht verstehen kann. Weil Blasvic, von dem halte ich nicht allzu viel. Also nicht als Keeper, der in der K.O.-Phase in der Champions League stehen sollte. Du hast dann noch Olmo, der dir ausfällt. Und du hast das Problem bei Leipzig. Hält die Abwehr? Oder hält die Abwehr nicht? Denn wenn man mal in die Saison guckt, sie haben im Superpokal gegen Bayern fünf Dinger gekriegt bei der 3-5-Niederlage. In zwei Duellen gegen Frankfurt in der Liga hast du zweimal vier Gegentore bekommen beim 4-0 bzw. beim 4-2 gegen Frankfurt die Niederlagen. Und auch in der Champions League gegen Donets hast du schon ein 4-1 kassiert. Also Leipzig ist eine Mannschaft, wenn du sie knackst, dann kann es richtig wehtun. Dann kann es richtig wehtun für die Leipziger. Und Manchester City ist ein Team, das kann man natürlich zutrauen, dass sie dann eben Leipzig knacken und dann vielleicht auch in einem dieser beiden Spiele wirklich mit 4-1, 5-1 irgendwie so wirklich weghaut. Wenn aber Leipzig es schafft, wirklich defensiv zu stehen, stark zu stehen. Und ich glaube nicht, dass sie ohne Gegentor auskommen werden. Aber wenn sie es schaffen, eine gewisse Grundstruktur zu erhalten, ist auch Manchester City verletzbar, verwundbar. Das sieht man in dieser Saison. City ist nicht dieses überdominante Team. Aber Leipzig muss vor allen Dingen erstmal eine gute Defensive haben und dann mit Nadelstichen City versuchen zu attackieren. Ich traue Leipzig durchaus zu, vielleicht auch überraschend ein Spiel zu gewinnen. Ein Weiterkommen traue ich ihnen aber natürlich nicht zu. Da ist für mich der Favorit Manchester City. Aber ich hoffe, dass die Leipziger City so schwer wie möglich machen. Denn City ist nicht dieser unbesiegbare Gegner aktuell, das muss man ganz klar sagen. Ich sage 60% trotzdem Favorit ist City. Leipzig sehe ich bei 40%, auch weil sie echt eigentlich guten Fußball spielen zuletzt, sehe ich sie bei 40%. Ich habe erst überlegt, 35% zu geben. Aber ich räume Leipzig ein paar Chancen aus, wo ich sage, die können, wenn sie es richtig nutzen, für eine Überraschung sorgen. Aber natürlich ist City trotz allem der Favorit. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Und ja Leute, das sind auf jeden Fall meine Predictions. Was sind eure Predictions? Rein in die Kommentare. Euer Willow schon meldet sich ab. Viel Spaß bei den Champions League 8. Finalspielen. Und bye bye.